Willkommen zurück zu Miiiitopia! Wir sind hier stehen geblieben. Und wir machen jetzt weiter. Ich geh mal davon aus, Schlossblickebene. Dass ihr alle wisst, wo wir hier sind. Sonst steht's ja auch noch mal in der Mitte drauf. Auf geht's! Nach dieser Höhle können wir erstmal ein bisschen frische Luft gebrauchen. Ich werd's Hündchen knuddeln. Wie schön! Wenn wir dieses Gesicht finden, haben wir alle beisammen. Das ist echt kein Zuckerstecken. Hoffentlich macht uns das Letzte keine Probleme. Und was, wenn es an einem unfassbar fiesen Megamonster klebt? Musstest du das jetzt unbedingt sagen? Oh no. Was, wenn sie recht hat? Jetzt eine Tasse Tee. Das seh ich ganz genauso. Wir sind wohl schon da. Oh nein, Gomme HD! Muuuuhu! Wiedersehen macht Freude! Trollaloi! Nicht schon wieder! Hm. Welch erbärmliches Bild ihr abgebt! Da muss ich gar nicht selbst eingreifen. Ich schicke einen Vertreter ins Gefecht. Der wird euch problemlos erledigen. Moment, Holzachst! Rechtsklick, Physician 1. Position 2. Okay. Oh je, mein je. Doch da hinten muss wohl Schloss anfangs sein, oder? Der Faulenzer von König wird sich noch ganz schön wundern. Ich habe eine grandose Überraschung für ihn. Mahaha! Komm immer! Verdammt! Das letzte Gesicht! Und was hat er da gespawnt? Muffet-Geist! Zusammen mit ganz vielen Apfelgelees. Blitz! Nice, 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 nice. Das kommt davon. Ah, Mist. Ich habe nicht darauf reagiert. Heiße Haube! Nice. Oh, das mache ich viel Damage. Oh no. Streuer. Neue Technik. Schützender Schild. Gegen mich kommst du nicht an. Okay, leider kommen wir es aber noch nicht sehen. Ich muss auf jeden Fall Freddy heilen. Das ist sehr wichtig. Ich muss mich ein bisschen auch. Und es ist ein MP für alle. Da war gar nicht ganz klug. Ja, passt eigentlich so ziemlich bis erst. Eine Falle. Aha. Ich schieße noch mal Feuer. Auf ihn. Oder auf sie. Feuer! Nice. Erster Beistand. Loben. Gut gemacht, Maike. Wow. Sam Pei noticed me. Oh, oh. Oh nein. Er greift noch mal an. Ah, verdammt. Er macht so viel Damage. Oh, sie freut sich. Vielleicht ist sie ja jetzt stärker. Dann wird sich diesmal mehr Mühe geben. Nicht mehr so viel davon. Ich darf die jetzt nicht verschwenden. Lassen wir es. Gleichschutz geschafft. Kleiner Snack. Hau rein. Kästlich. Schön. Ja. Beide Slimes sind weg. Und eine war schon weg. Ja, es kann davon. Gut gelaunt und voller Energie. Oh, 26. Jo. Das müssen wir alle loben erlernen. Feuer. Ha, ha, ha. In die Falle getappt. Oder noch einmal. Oh, nein. Nein. Mein Stick wüftet. Nicht kühlen. Okay, noch nicht kühlen. Muss sie wiederbeleben. Nicht, dass er keine Erfahrung am Ende bekommt. Ist mir nicht so gut. Okay, let's go. Weitermachen. Let's feuer. Bam. Er lebt noch. Komm, Michael. Beende es. Bam. Fünfunddreißig. Vielen Dank. Nice. Nur ein paar Kratzer. Und alle kriegen natürlich ein Level up. Schönheitsschlaf gelernt. Lass einen Feind einschlafen und so HP wiederherstellen. Äh, ob das so gut ist. Schön. Gebratene Banane gelernt. Verbessere Geschmack und Effekt. Verzerrte HP Bananen. Schön. Und 60 Bonus-Erfahrung. Das ist viel. Wer kickt das? Alle sind ziemlich gleich auf. Ja, ich kick das. Denn ich bin das Ebenbild von Mike. Das ist gar nicht mal so viel. Teufelstörtchen, Sternchen und Schleimgele. Alles klar. Damit haben wir alle Gesichter gerettet der Stadt. Und finden natürlich hier mitten im Nirgendwo ein Gasthaus. Ich meine, wo denn auch sonst? Und ich bin Freddy. Ich bin Frederic. Wir verstehen uns jetzt besser. Jetzt sind wir Bekannte und kümmern uns umeinander. Ach, ist das schön hier. Oh, wir machen Übungen. Das sieht so dumm aus. Sollte unsere Körper zu stehlen. Lass uns die Welt retten. Training, hurra! Beim gemeinsamen Training lernen sich beide näher kennen. Schön. Schön, schön. Gefällt mir. Lass uns die mal so in die Reihenfolge. Einen Eisenzauberstab hätte ich gerne. Den spendiere ich dir doch. Du schön mehr Reinhau... P-Uniform. Nein, du bleibst in der Uniform. Oder weißt du was? Ich gönne sie dir. Aber du wirst sie nicht anziehen. Ich will nicht. Ich will, dass er weiterhin so aussieht. Perfekt. Okay. Dann gehen wir jetzt ein bisschen fuddern und dann gehen wir gleich ins Schloss. Süß, klebrig, lecker. Hinterher das Zähneputzen nicht vergessen. Das kann Freddy essen. Hochzufrieden damit. Oh, nice. Zwei Dinger ab. Ich habe das noch nicht probiert. Oh, wie schmeckt's? Ich denke, das noch nicht probiert. Und denke, es schmeckt's. Und das haben wir alles schon probiert. Alles klar. So, nice. Wunderschön. Wunderschön. Machen wir weiter. Schön weiter Haider machen hier. Oh, ich verstehe mich mit allem gut. Ein Mitglied eines Teams erreichte einen Beziehungslevel von vier mit drei Mitstreitern. Ja, ich. Dun, 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 dun. Plum. Aber wir können, Sie sind ja überall diese gelben Flaggen. Ich habe von einem Kollegen, Iggy, älsch. Iggy Kellerkind, habe ich die Info bekommen, dass ich doch alle Orte, wo man ein Level rein kann, doch diese Flaggen hoch machen soll. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Ich warte da lieber auf die Kommentare von euch. Ich bin mir da noch nicht sicher. Man kann hier halt ein bisschen, noch ein bisschen Items oder Gold halt bekommen. Wie sind die kleine Truhen? Also hier gäbe es zum Beispiel noch was. Oder hier. Aber ich weiß nicht, ob ich das machen will, um ehrlich zu sein. Jetzt gerade habe ich keine Lust dazu. Und deshalb lasse ich es erstmal. Schreibt mir auf jeden Fall rein, ob das wichtig ist. Ob ich das noch nachholen soll. Und ja, jetzt geben wir erstmal, jetzt geben wir erstmal Mufflet ihr Gesicht zurück. Damit sie wieder schön Spinnen verkaufen kann. Gemacht von Spinnen. Für Spinnen. Sponsored von Spinnen. Juhu! Welch wunderbarer Tag. Ich habe meinen Lächeln wieder. Ich könnte vor Freude jauchzen. Abenteurer. Du hast so viel für uns getan. Deshalb möchte ich mich hiermit erkenntlich zeigen. Zwei Stachel-Eintöpfe mit einem Sternchen. Du hast alle gestohlenen Gesichter gerettet. Also zumindest anfangs. Nun ist diese Stadt. Die wäre fröhlich. Sagen wir was anderes eigentlich? Plötzlich auftauchte. Wieser Name, Gommo HD, oder? Wo ist er noch hergekommen? Na, Hauptsache, er kommt nie wieder. Ja, aber echt so. Ich bin der Wahre Tag. Aha. Jetzt kann ich lächeln. Insofern habe ich eigenes nachzuholen. Okay, ich glaube, die sagen nicht wirklich besondere neue Sachen. Deshalb lassen wir die hier rumtanzen. Abenteurer, meine Augen sehen erfreulich ist. Die Lage in der Stadt hat sich normalisiert. Das sind wirklich ganz hervorragende Neuigkeiten. Das heißt nun, ist wieder alles in Ordnung? Naja, der dunkle Fürst ist zum Schloss aufgebrochen. Was? Das ist aber ganz schlecht. Wir sind erledigt. Oh je, wie ne. Abenteurer, könntest du wohl die Verfolgung des dunklen Fürsten aufnehmen? Aber klar. So lobe ich es mir. Hurra, Brief des Bürgermeisters erhalten. Hier, das wirst du brauchen. Damit die Demo nicht endet und du weiterspielen kannst. Du hast ja jetzt 50 Euro für Spaß gegeben. Aber sei euch das vorsichtig verstanden. Aber klar. Damit können wir nun weiterziehen. Aber was ist denn hier los? Auf geht's. Hier ist anscheinend noch ein Bonuslevel. Wo stecken die Monster? Es geht doch nichts über entspannten Spitziergang. Was mag das für ein Geräusch sein? Das will überprüft werden. Oh nein. Ein Pferd in Not. Ist ein Pferd männlich oder weiblich? Kann später geändert werden. Männlich. Zeit, das Aussehen des Pferdes zu bestimmen. Oh mein Gott, Leute. Unser eigenes Pferd. Neu zu der Switch-Version von Tomodachi Live. Äh, ja, geiles Spiel. Äh, Mitopia. Tomodachi Live noch nicht. Mitopia. Äh, kann man nun Pferde haben? Ich glaube aber nur ein Pferd kann man haben. Mein Pferd ist ein besonderes Pferd. Mein Pferd ist ein... Ja, ein wandelndes... Ja, wie sagt man? Also mein Pferd kann Formen verändern. Ja. Hm. Ja. Ich muss erstmal gucken, was es so alles gibt hier. Bob. Lang. Punkig. Knoten. Zöpfe. Also mein Pferd wird sich öfter im Let's Play ändern, dass ihr Bescheid wisst. Schweif. Akkurat. Fransig. Flippig. Unterteilt. Geflochten. Geh mal wuschelig. So ein Standard Pferd. Am Anfang war es ein Standard Pferd, aber später wird es dann sich ändern. Fies. Lustig. Realistisch. Schielend. Ne, war realistisch. Beinumfang. Wie fett die Beine sein sollen. Oh Gott, das sieht aber ein bisschen cursed aus. Obwohl, ein bisschen breiter geht es schon. So Hälfte finde ich ganz gut. Behornung. Einhorn. Spiraleinhorn. Stummel. Doppelhorn. Oder Dämon. Schon cool. Man hat auch die komplette Körperfarbe ändern von allem. Das ganze Pferd kann eine komplett andere Farbe haben, wenn man will. Ja. Mein Pferd wird erstmal zu Ferdinand. Mein altes Minecraft Pferd. Ja. Für die, die es vielleicht noch kennen. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, wie es aussah. Um ehrlich zu sein. Ich hoffe, ich mache es jetzt nicht falsch mit den Farben her. Ansonsten ist es egal. Es wird nicht für immer Ferdinand bleiben. Mein Pferd wird sich, wie gesagt, öfters ändern. Ungefähr nach jedem Gebiet oder so. Weil ich möchte ein bisschen mehr haben. Weil ich meine, man kriegt nur dieses eine Pferd im Spiel und dann gar keins mehr. Und deshalb möchte ich halt ein bisschen mehr machen mit dem Pferd. Ja. Nicht, dass das jetzt am Ende komisch wirkt. Wenn mein Pferd dann irgendwie später war weiblich und dann wieder männlich und dann wieder weiblich ist. Weil ich ein bisschen Sachen ausprobieren möchte mit meinem Pferd. Im Endeffekt ist es ja das gleiche Pferd. Aber halt... Ein bisschen anders. Es ist nicht mehr das exakt gleiche Pferd. Keine Ahnung. So. Ungefähr so wird es jetzt erstmal aussehen. Das ist Ferdinand fürs Erste. Also die Augen. Moment. Das ist nicht dumm. Augenfarbe kann ich doch noch ändern. Vielleicht irgendwas. So vielleicht. Ja, keine Ahnung. Ändert es nicht so viel. Aber ja, unser Pferd wird sich hin und wieder ein bisschen verändern. Ich hoffe, dass wir jetzt alle verstanden. Ich gucke mal ganz kurz, ob ich die Mähne und ich noch ein bisschen anders mache. Lang finde ich es zum Beispiel echt schön. Hm. Ich lasse es mal auf natürlich. Komm, egal. Wir werden es auf jeden Fall noch immer ändern. Das soll fürs Erste reichen. Das Pferd ist in Gefahr. Wir müssen dem Pferd helfen. Und das war's schon. Bye, bye. Ja, easy. Über 64 gerettet. Alles gut. Jetzt bist du in Sicherheit. Gute Reise oder noch? Aber das Pferd wird nicht zurückgelassen werden. Es folgt uns. Mein Bauch knallt. Hopp, hoch. Oh, was wird das? Sag bloß, du willst dich uns anschließen. Oh, wie süß. Willst du das Pferd in deinem Team aufnehmen? Nein. Oh, natürlich. Na dann, komm mit. Das Pferd hat sich dir angeschlossen. Ab hierher hätte ungefähr die Demo. Aber nein, das haben wir ein Pferd. Juhu. Und zufälligerweise ist genau hier ein Gasthaus, welches sich erweitert hat. Es ist größer als sonst. Da denkt man, man hat schon alles gesehen. Und plötzlich schließt sich ein Pferd unserer Gruppe an. Ein richtiger Brocken. Sieht echt sattlich aus. Oh, ist das so süß. Hm. Ah. Das Pferd braucht auch einen Namen. Irgendwelche Ideen? Lassen wir doch Mike entscheiden. Hm. Man hat nur 10 Buchstaben frei. Aber es passt gerade noch so. Pferdi. Perfekt, ne? Ja, es passt perfekt. Pferdinand. Sorry für den schlechten Joke. Es geht nur um das alte Minecraft-Pferd. Vielleicht können sich manche noch dran erinnern. Wenn nicht, ist es nicht schlimm. Ist es einfach ein schlechter Joke gewesen von damals. Äh. Wie gesagt, wir werden Pferdinand nicht für immer behalten. Die Freundschaft wird sich vom Pferd nicht ändern. Aber das Pferd selbst wird sich ändern. Dass ihr Bescheid wirst. Ich kann es nicht besser erklären. Ferdinand. Wie wäre es damit? Genauso wie man bei Breath of the Wild zum Beispiel auch mehrere Pferde haben kann. Denn er auswechseln kann. Aber trotzdem. Ja, äh. Wann man das Pferd ja nicht richtig auswechseln kann. Werde ich. Wird er die Freund, äh, Freundschaft gleich bleiben. Wir lieben uns einfach direkt von Anfang an. Ferdinand. Denny, was meinst du? Ferdinand, das klingt fein. Ja, total nütlich. Alles klar, das wäre also geklärt. Unser neuer Gefährte heißt also Pferdinand. Ja. Toll. Du hast jetzt einen Namen. Und zwar Pferdinand. Ein bisschen Kopfschmerzen. Passt zu dir. Geil. Oh, wie kuscheln. Pferde sind nicht bloß liebenswerte, sondern auch tapfere Wesen. Freue dich mit dem Pferd an, dann hilft es dir sogar im Kampf. Das geht am besten, indem du beim Pferd im Stall übernachtest. Also dann, nur keine Scheu vom Heu. Alles klar. Hä? Warte, was? Warum denkt es, es will lieber mit Frederick? Ja. Oh Mann. Wie gemein. Ich habe letzte Nacht nicht gut geschlafen. Oh nein, was ist da denn los? Na ja, du redest im Schlaf. Ziemlich laut sogar. Oh je, das tut mir leid. Du hast dauernd gesagt, genau nach Plan. Du machst wohl Witze. Okay. So entwickelt man Freundschaft, in der man nicht schlafen kann, wegen einer anderen Person. Na ja, okay. Ich will ja nichts sagen. Okay. Dann kommt, Frederick. Dann gehst du jetzt zum Pferd, damit dir fröhlich ist. Hier, eine Karotte für dich. Lass sie dir schmecken. Ferdinand hat's geschmeckt. Oh nein, sagt mir nicht, das Pferd muss mit jedem wieder auch noch froh. So viele Freundschaften, die man schließen muss. Das ist zu viel für mich. Pam, 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 pam. Ja, weil ich sowieso schon mit Glück befreundet bin, mit allen kann ich ja mal ein paar Nächte alleine schlafen. Das stört mich jetzt auch nicht mehr. Ein Eisenzauberstab. Versuchen wir es nochmal. Komm, Mike, diesmal nimmst du das eine richtige. Geht doch. Das sieht richtig cool aus. Gib her. Oh, wie viel da hoch macht. Nice. Eine Kupferrüstung. Ja, okay. Ich mag zwar dein Bienenoutfit, aber du musst ja auch mal stärker werden hier, ne? Du musst auch mal mehr tanken können. So, Danny, was willst du? Ne Kühlenclub, das passt ja perfekt zu Danny. Warte, wie teuer war das jetzt? Ich habe kein Geld mehr. Egal, für Danny mache ich es. Für Danny ist es worth it. Ja, lass es noch gelb. Geil. Einfach nur geil. Ein Wok. Okay. Brauchst mal ein bisschen Geld. Ach, ich habe kein Geld mehr. Mist. Fass die heiße irgendwas sich an. Unglaublich lecker. Alter, wie viel hoch? Fass die heiße, stachelige Schüssel lieber nicht an. Hier, du kannst den Pugel-Jig haben. Banshee drehen. Hier. Schön, schön. Und dann darf Danny nochmal das hier essen. Unglaublich lecker. Genau, wie ich es finde. Toll. Schön, schön. Dann go. Gucken wir uns heute noch. Das Schloss an. Mit dem Pferd. Ich habe so ein geiles Team, ey. Oh, du witzig Feuer, weil ich mir so hart. So, Papyrus, lässt uns jetzt durch. Träuser, Dahl, Papyrus. Halt, Mensch. Hier geht es zum Schloss anfangs. Bedauere, aber nur. Äh. So, du hast einen Brief vom Bürgermeister. Entschuldige, du darfst natürlich passieren. Dankeschön. Und ab jetzt wird alles blind. Und zum Beispiel, wie komme ich in so einer Küste? Hä? Das müssen wir herausfinden. Stimmt gibt es ja gesplittene Wege. Brauche Futter. Habt man hier wohl leckere, seltsene Sachen findet? Schaut mal. Man kann das Schloss von hier aus sehen. Imposant. Ob der König wohl zu Hause ist? Ich habe noch nie einen König getroffen. In dem Outfit? Weiß ich nicht. Der Hof ist nachher. Sieht so geil aus. Zeit, noch weiter zurück zu gehen. Ich hätte es am starken Meister. Wo waren wir lang? Hebel. Spielscheine. Ich bräuchte eigentlich schon ein bisschen Geld. Ja, komm. Gehen wir zu Spielscheinen. Aber wir waren für uns. Ich will jetzt Kätzchen knuddeln. Das sehe ich ganz genauso. Eine Kiste. Mit drei Spielscheinen. Und das war es wahrscheinlich hier. Gasthaus wahrscheinlich. Mein Bauch kneift. Nein, noch ein Gegner. Ich wollte nur die Spielscheine von Geld. Oh, oh, no, no, no. Das sind kaum ganz viele. Warte, wie kann ich jetzt eigentlich irgendwie mit dem Pferd kämpfen? Oder kämpft das von alleine auch? Seinen Freund. Ach so, lass einen Freund einschlafen. Ach so. Das ist hier ein Support. Bam. Inakzeptabel. Erste Sturaktion. Nochmal. Ha! Oh, nice. Power. Bam. Power. Ui, bam. Schön. Bam. Und dann ich nochmal. Komm her. Bam. Mit dem Eisenstab. Muss wehtun. Mike, das war klasse. Wow. Sixtine Line war das grad. Das war schon nice. Schnell. No, noch einer. Come on. Alles klar. Dann machen wir das noch in dieser Folge. Dieses Level. Blitz. Bam. Geschafft. Er heult. Will ich mir angeben. Ich bin fast tot. Ich wollte mich vielleicht heilen, um ehrlich zu sein. So ist ganz gut. Da ich ja jetzt auch dran bin. Komm her. Bam. Und Freddy macht auch nochmal K.O. Schön. Dü, 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 dü. Schön, schön. So lob ich's mir. Schön viel Essen noch sammeln. Und das Gasthaus. Und hiermit würde ich sagen, beenden wir diese Folge von Miitopia. Ja, aber, bevor wir spenden. No. Level. Das bewegte. Breitangriff erlernt. Ein Angriff aus dem Sattel mit Potenzial für noch mehr Schaden. Ach, jetzt kann ich kämpfen mit dem Pferd. Alles klar. Naja, gut genug, Freddy. Warum auch immer. Was geht denn da ab? Morgen, Ferdinand. Du bist aber gut gelaunt heute. Was? Das geht so schnell? Okay. No. Aufsatteln erlernt. Wer müden Füßen eine Pause gönnen will, schwingt sich aufs Pferd. Höher. Okay. Da kann man sich anscheinend heilen auf dem Pferd. I don't know. Naja, wie wird das alles gewesen sein für diese Folge von Miitopia. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Bis dann. Bis dann.